Dankeschön! Unser Crossy für euch! Jetzt, Freunde, wechseln wir thematisch das Geschlecht, also jetzt nicht real, sondern musikalisch, und schlagen damit eine Brücke zum weiblichen Geschlecht, denn für Musiker ist das, also für männliche Musiker ist das weibliche Geschlecht sehr, sehr wichtig. Deswegen die Frage, sind Frauen hier heute? Ja, das ist ganz wichtig, das ist treue Zielgruppe, und auch im privaten Bereich ist es die Frau, die den Musiker noch im hohen Alter durch eindeutige kommerzielle Ansprüche am Laufen hält. Wir haben das gesehen bei Johannes Hesters, jüngere Frau, der wollte mit 80 aufhören, die hat gesagt, komm, die 30 Jahre, machst du noch. Johannes Hesters ist immer noch auf Tour, sein aktuelles Programm Körperwänden, vielleicht habt ihr es gesehen. Auf jeden Fall werden wir jetzt das Geschlecht wechseln, und zwar musikalisch, mit einer Girlgroup, hier vorne werden Selfies gemacht, ist das ein Selfie oder ein Youthy? Youthy? Youthy mit mir, also Youthy-I. Vor Schleichwerbung, fürs Kino kriege ich Geld. So, auf jeden Fall schlagen wir jetzt, wie gesagt, die Brücke, ein Song, der wurde nur von Frauen gesungen, es war eine reine Girlgroup, und die hießen die Cordettes, das ist schon recht lange her, trotzdem würden wir uns sehr freuen, wenn die Frauen ein bisschen mitsingen, mit ihren engelsgleichen Hohenstimmen, vielleicht die Frauen mal zur Einstimmung ein kurzes Yeah! Yeah! Ja, da geht das auch gleich kalt den Rücken runter. Also, Freunde, jetzt für die Frauen ein Song, die Männer hören zu, ausnahmsweise, und die Frauen singen mit uns zusammen Lollipop. 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 Musik Musik Musik